hallo und willkommen zurück bei RimWorld machen wir direkt mit den kommentaren fangen wir direkt mit den kommentaren an von folge 22 haben ja beim letzten mal nicht alle geschafft so und zwar sada hat geschrieben und da bin ich ja sada ist dabei und geht bergbau betreiben da liegt ein bauteil schnell tragen bauteil los was liegt da eigentlich drin ein schwerer waffengurt wollen die leute wohl nicht anziehen wo ist denn unser t1 da ist t1 was macht t1 er wandert umher er trägt bären wieso trägt er nicht bauteile hier liegt ein bauteil sind alle auf unbegrenzt mhm k1 ach weil k1 das bauteil sich krallen ach wir haben hier noch die landebarken soll ich jetzt dazu sagen machen wir es erstmal so so weiter im text die noch geschrieben du meintest zwar im lager soll niemand sich aufhalten aber nun hast du da doch gerätschaften reingestellt musst du dann nicht doch eine kühlung rein bauen guter punkt hier habe ich auch noch gar keine kühlung shit so ach guck mal wir können den um platzieren weiter im text im nahrungsmittel spenderaum die lampe eins nach unten nach unten und eins nach links neben die vase welche vase schon wieder tiere produzieren die milch ja gut also ich weiß hier stand mal war war wasen so die urne über der lampe zwei nach unten ein weiterer tisch horizontal unter den anderen tisch bauen und zwei spüle von unten ran stellen da müssen wir warten bis sie dann sind hallo arbeiten leute wo sind denn hier die bauarbeiter so damit wäre zumindest das erste landefeld ready alter strom ist aber mau wie sieht batterietechnisch aus wird weniger gute arbeit k2 die urne bitte ach das macht k1 so ein tisch aus weißt du was wir bleiben bei kalt wir klauen uns den tisch hallo und ich habe schon alle tische abgerissen selber schulde wo reißt du die da noch ab und statt die ins lager zu tun jetzt verkaufen können der durch sie so anders aus guck mal grad wie viel stahl haben wir denn ein bisschen stahl ist immer so eine überwindung die aus stahl zu bauen diese stühle weiter im text jetzt zwei stühle von unten dran stellen es haben leute im stehen gegessen weil sie zwei plätze weil die zwei plätze nicht ausreichend das fällt mir ein wir müssen auch woanders noch stühle platzieren wenn die ja weit weg sind dann wollen die ja auch irgendwo essen den können wir nicht umsetzen das ist so ärgerlich den hätte ich doch auch super hierhin stellen können na gut jetzt steht er da muss ich mit leben wo bringst du das bauteil hin ja kühlung hier rein und bei heizung wäre wahrscheinlich auch heizung ist schon ok ok eine reicht aber nicht ja gotterfunke ja ruhig was macht ein götterfunke er ruht sich aus ja gut weiter im text dass das nicht ausreichen wird das habe ich mir aber schon gedacht so kannst du mal probieren ob die säulen auch als wände zählen dann könntest du nämlich im schreien das gefängnis bauen die räume aus säulen bauen mit natur sehr bestimmt cool aus hier steht eine säule die ein dach tragen kann sie blockiert weder die sicht noch die bewegung und sieht ganz gut ganz nett aus das heißt man kann durchgehen aber wir können es trotzdem testen also die sind aus stahl werden irgendwann dran glauben müssen wir probieren es trotzdem aus man könnte es wirklich als gitterstäbe dann so sehen so wieder die norm so kann symmetrisch auch schön aussehen bäumen pflanzen könnten hier tatsächlich auch gebrauchen ja so kann symmetrisch auch schön aussehen war wahrscheinlich auf dieses gebäude bezogen so etwas hattest du früher aber nie von allein gebaut so solche sachen habe ich auch schon gebaut ich habe klar immer mit vierecken angefangen aber egal lass dir ruhig mehr solcher abgefahrenen form einfallen ja ich finde die form eigentlich ganz cool vor allem kann man da auch verschiedene figuren rein interpretieren was mir besonders gut fällt ist dieses stück hier ja dass der raum dann immer noch ein um die ecke geht wieder hoch und so das so mein favorit dabei so folge 23 so gersat geschrieben unter der kategorie schmieden sind die mechanodroiden arbeiten wie reparieren und herstellen kann man sehen wenn man auf den schmied die maus trübeln ach ok ich habe beim letzten mal gesagt dass er einfach so ist tatsächlich hier steht es gotterfunke war aber immer noch nicht hier was macht er den ganzen tag schlafen ach so wir sind im slow mo gut danke gerser dafür ich dachte ja dass wir einfach so ne aber dann tatsächlich schmieden das heißt mechano mechanika mechano mechaninat muss immer irgendwie handwerk haben so die norm ich hätte gern irgendwo obwohl er auch nicht da ist würde ich hier schon sein eigenes häuschen haben aber gut bevor ich das vergesse ein 7 hoch 6 breites haus mit nur einem schachbrett boden muss das noch erweitert werden ich stelle ja nur eine frage so die norm wird ja dann eher einen träger weil er sonst nichts können soll das heißt er kommt hier in die nähe hin machen wir so dass wir hier einen weg haben und dass wir hier nach oben ein sie ein sieben hoch sieben hoch also ich nehme an du willst innen sieben haben ja innen sieben so du hast jetzt innen sieben hoch und innen sechs breit so sechs sieben den lassen erstmal auf weiß ja noch gar nicht wo die die tür rein haben willst so mit nur schachbrett mit nur mit einem schachbrett boden nix weiter drin und ohne dach vorerst möglichst möglichst weiße möglichst schwarze und möglichst musterlose steinfliesen also beton wäre am einfachsten und dann sterile fliesen für hell aber du hast gesagt steinfliesen das wäre dann hier am dunkelsten wäre schief am hellsten wäre kalk wobei du hast gesagt so wenig muster wie möglich das wären schon die feinen fliesen glaube ich ich meine das wären dann diese fliesen aber ich glaube da ist schon automatischen muster mit drin wir probieren aber die sind halt teuer die sind unnormal teuer aber guck mal da ist doch ein muster mit schon eingegeben ich setze einfach mal zum vergleich machen wir mal die feine fliese schiefer das hellste wäre kalk wir sind überall in den anderen fliesen die wir durch die religion haben sind ja vielleicht die hier noch wir probieren die mal wo die ist auch teuer aber das auch muster drauf fliese aus beton also dass die beiden werden natürlich am mit am wenigsten mustern aber die ist halt nicht so dunkel ne ich brauche jetzt erstmal mit denen mit den billigen fliesen ich meine zwei von denen hier sind zehn von denen hier just saying ich hoffe wir haben genug kalks und es muss die tische auseinanderrein haben wir hier noch kalk das kalk gebäude ist weg marmor kein kalk wir haben auch keinen kalk auf der map doch hier gucken wir mal für der kalkbrocken rausbekommen gute arbeit jo das ist der kalk vom der vom himmel gefallen ist gut weiter im text sada hat geschrieben sada der sozialraum der barbar von nebenan sehr schöne folge danke interessant dass das bot laden keinen unterschied macht ich war der meinung es war unterschiedlich ja als es ist also ich hätte auch gedacht dass drin tatsächlich schneller gehen sollte weil alles drinnen schneller geht aber dem bot scheint das nicht zu interessieren anscheinend sekunde ich hab ups arbeitet der jetzt an dem lastenheber oder arbeitet der jetzt am militär bot am militär okay okay ach dem muss ich auch noch hier dings ne wie nennen wir die denn das ist der t100 mini schrotflinte da müssen wir mal gucken ob wir vielleicht mehrere gruppen machen können eine kampfgruppe und eine nicht kampfgruppe so er könnte noch zwei das heißt er macht jetzt noch ein militär und dann soll er den lastenheber ja hier ich hasse dieses das ist so furchtbar dass das schlimmste was existiert vor allem jetzt mein ganzer strom weg und immer geht was kaputt also dass es da noch keine sicherung gibt dass das verstehe ich auch nicht okay ist tatsächlich nur der mit liebig wir könnten hier aber das lager für die brocken hin machen wieso ist da jetzt kein achso notfallversorgung einschalten bitte schaltet keiner die notfallversorgung notfallversorgung einschalten bitte notfallversorgung einschalten bitte das gibt es trotzdem im minus dass er mit dem wind los ja guck hier ist schon automatischen muster mit drin aber vielleicht könnten wir ja dann auch das nehmen wobei ich weiß nicht ob der was vorhat da noch zu platzieren oder so die notfallstromversorgung reicht nicht aus egal erstmal weiter im text damit ich auch vollbild machen kann so götterfunke moinsen super folge wie immer danke danke und zum boden verlegen ist doch nichts wildes nix wildes klick laminat von poko da mache ich ein ganzes haus in einer stunde fertig krass ich hätte hier noch andere arbeiten im haus in der bock nein spaß so zu meinem haus hätte ich gern unter dem labor im berg mein schlafzimmer und rechts neben dem labor ein schönes krankenhaus mit platz für weitere genetik so machen haben wir das ja eigentlich nicht mittig das ist ja furchtbar ich weiß nicht wie groß dein raum sein soll ich mach den jetzt mal so schön mittig hier hin so und dann willst du und rechts neben dem labor ein schönes krankenhaus mit platz für erweiterte genetik dann würde ich sagen machen wir hier wo machen wir denn den durchgang hin platz mit erweiterter genetik wir können die auch nicht um platzieren das ist natürlich nicht so geil haben wir sandstein ne granit arbeiten wir mit granit so das können wir trennen wir können dann zur not hier auch aufmachen und dann noch erweitern ich würde sagen es gibt zwei eingänge dass wir hier vielleicht noch einen eingang mit rein nehmen warte mir mal bis das andere gebaut ist also ich würde sagen dass wir hier noch einen emergency eingang machen dass man nicht die ganze zeit durchs labor laufen muss mit den kranken dass wir die genetik vielleicht nach unten machen und die kranken station dann hier oben in dem bereich ich glaube das machen wir so okay machen wir erstmal weiter im text das ist ein cooler titel folge 24 ismael gauram ist das richtig oder gauram ich kann ich weiß wie gesagt namen ist so meine riesen schwäche von mir du musst einen schönen raum haben mit rednerpult altar und so weiter ja das interessante weil bei der religion war ja wir haben echt genug bauteile krass das interessante war ja dabei als ich ja hier religion und dann auf das dings gegangen bin dass dann hier stand erwartete qualität 75 prozent also damit bin ich von ausgegangen dass wir eine 75 prozentige chance haben zu bestehen aber gut warum hältst du feiern die nicht von deiner art deiner staat ideologie waren oder zumindest eine nicht noch mal warum hältst du feiern die nicht von deiner staat ideologie waren naja ganz einfach ich wollte es ausprobieren ne ich wollte gucken ob die leute das vielleicht glücklicher macht aber es hat ja nicht funktioniert ich habe mir gedacht okay wenn wir jetzt vielleicht nicht hier götterfunkes äh ideologie vertreten können aber dann vielleicht andere religion machen und es gelingt dass die dann ein boni kriegen auf ihre stimmung oder zumindest eine nicht also du willst nicht dass ich für äh alle religion die feiern mache okay das kann man machen dann machen wir nur für götterfunkes religion feiern das heißt ungeteilte festlichkeit kollektives feier kollektive feier und eine totenmesse alles klar und jetzt ist es soweit endlich vollbild hat fast zwei folgen gedauert kommentare einzugehen krass danke es fehlen halt wirklich aus dem mod diese böden es gab ja im mod gab es ja so erweiterte böden die tatsächlich eine reine platte waren so wie hier die sterilen fliesen jetzt weiß ich nicht wenn das nicht unsere hauptkrankenstation wird ob wir da sterile fliesen verschwenden sollen ich glaube wir sparen uns erst mal auf bis wir dann hier die haben das ist echt kacke dass ich das ding weggeschmolzen hatte er hatte diesen helm auf dafür so stromproblem sollte damit jetzt erstmal beseitigt sein ach ja wir müssen das hier noch testen mima zero komm mal her ja die laufen einfach durch gut dann können wir die sollen wieder abreißen also das mit den säulen und gefängnis klappt leider nicht so wir brauchen noch stoff wir brauchen unbedingt holz der militär ist fertig boden 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 Wenn wir jetzt so viele Tiere halten, müsste ich glaube ich wahrscheinlich echt bald ein Gebäude bauen. Ich wollte eigentlich gar keine Tiere halten. Das war zumindest nicht so geplant von Anfang an. So, Boden, Boden, Boden. Boden, Boden, Boden. Ich hoffe von den Turmen gibt es auch was besseres. Dass man am Ende wirklich mehr steuern kann. Wie sieht so ein Kalk aus? Wir haben keinen Kalk mehr. Und es fehlt Kalk. Da müssen wir wirklich die Tische abreißen. Wir haben hier auch noch ein paar Uhren, die wir wegreißen können. Fangen wir mit den Urnen an. Urnen aus Kalk. Wir haben zum Glück ein paar mehr Urnen aus Kalk. Marmor. 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 Ohne noch Stahl. Hm. So, jetzt als nächstes wenn dann den Lastenheber, ne? Ich würde sagen, unsere Kampf-Max, die nennen wir alle gleich. Also es sollte Massenware sein, so, ne? Auch ein T100. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir die irgendwann reaktivieren können. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Wie sieht es eigentlich mit der Baumforschung aus? Was machen wir denn? Wir können ja schon mal überlegen als nächstes. Vielleicht schmieden für den Maschinenbau. Ansonsten müssen wir langsam dann das Labor in Betrieb nehmen, damit wir unsere Medizinherstellung kriegen. die Automatik-Türen werden nicht schlecht. Hydro-Kulturen könnten wir auch gut gebrauchen. Verbesserte Lampen. Ach, guck mal, dann brauche ich gar nicht mehr den Mod, der die, das Stromding verringert, weil dafür gibt es jetzt das hier. Ein Autokanonenturm, den kenne ich aber auch nicht. Ich kenne hier Geschütztürme. Ein Autokanonenturm. Ein Autokanonenturm. Ein Schaumturm. Ein Schaumturm. Hm. Hier sind die Mac-Tex-Sachen. Wir brauchen die Intensivbetten und den Vital-Monitor. Das wir den Multi-Anni-Lasator so spät brauchen, wo dann eigentlich nur noch Raumschiff-Zeug kommt. Wobei Giftmüll, da war Giftmüll zum Atomisieren. Natürlich auch wichtig. Ach so, ich wollte ja jetzt hier das Lager bauen. Kleines Regal aus Granit. So, Granit, Schiefer, Sandstein, Marmor, Kalk. She Excel. So, ich habe hier eine Argumentation in der Verkaufung. Ich sehe hier schon viel weg. Bis zum來! Und dann nicht mehr auf die Mark-Kunkneum. So. Man kann hier nicht auf die Mark-Kontrolle nicht weg. Ich sehe hier nicht auf die Mark-Kunkneum. Also muss ich mit der Mark-Kunkneum sein. so na gut der kommt irgendwann raus da das heißt macht keinen sinn den hier reinzubauen alle verbieten studiert erst mal koppeln damit hier keiner was rein trägt und dann wenn die fertig sind dann stellen wir die richtig ein so den aber bitte runter setzen und dann trennen so rohstoffe steinblöcke machen wir hier granit schiefer sandstein marmor kalk dann setzen wir bei denen auf wichtig 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 jetzt könnten wir das natürlich hier auch machen und dann auf kritisch stellen so wir haben eine skulptur ready eine normale weißt du was die kriegst du erstmal in dein haus hast ja gut gemacht wie mazira also kannst du auch die erste skulptur haben jetzt fängt schon wieder an zu schneien haben wir schon wieder winter na guck mal götter funk das zimmer wird langsam fertig stellen wir mal ein dach auf 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 so hier kann man das natürlich dann noch wenn du es anders haben willst das ändern gut ganz sein dass stahl fehlt es fehlt wieder stahl na klar holz fehlt auf jeden fall kann ich das nicht hier zack und jetzt vollreife pflanzen auf der karte ernten zack das wären jetzt 63 der wahrscheinlich die hier mitgezählt ja hat er so dann brauchen wir jetzt betten kranken betten würde ich sagen kommt hier eine kleine lagereinheit rein dann machen wir das so kommt hier wieder eine tür hier kommen dann die lager hin also die hier und hier unten kommt dann die genetik sachen vielleicht auch noch eine kleine lagereinheit falls mehr gelagert werden muss zum beispiel die direktmedizin könnten wir hier rein machen und dann so penicillin oder sowas können wir auch hier hin machen werden angegriffen direkt oder indirekt wir können aber die bots schon mal holen oh ich kann mac boss rufen na toll der hat natürlich keine energie t 100 auf position wir müssen bei denen das mit dem energie management ändern wo kann ich das mit dem energie management ändern können die anderen aber auch schon mal rufen so während alle anderen jetzt erstmal aufs nach innen gehen so göttterfunke kommt hier rein nimmer die rennen nach oben angriff ihr müsst näher ran anscheinend sada komm du regelst mit der schrot du hast ne schrot komm schon sada hat geregelt so wir haben jetzt das krankenzimmer noch nicht ready für gefangene so wir haben die ein t 100 ist tot aber der kann ja hier zurückgeholt werden so hier kannst du dir ja gucken wie du es haben willst ne das ist feine fliese feine fliese kalk feine fliese schiefer das ist keine ahnung fliese und das ist die standard dann mach ich dir jetzt schon mal weg so lachten menschen für für jo ne ich denke dass wir den einen t 100 zurückholen können ob wir für jo extra nochmal ein kühlregal bauen sollen mit menschenfleisch eine power kralle das wäre ja was dann für rika ne kommt für die power oder hightech bauteil ach guck mal direkt mal menschen schlachten das geht auch direkt auf die stimmung richtig habe menschen geschlagen ja das damit wir die stimmung auch schon erledigt was denn deine religion nur medizinisch okay ernte verbockt hast du super gemacht kann aber kochen wir haben gar kein zimmer für sie doch hier ne so wir können jetzt aber auch götterfunkes zimmer fertig machen also hier haben wir jetzt erstmal die sterilen fliesen rein das wird teuer ich weiß so was machen wir denn einen boden hier rein ich würde sagen wir glätten hier den boden und die wände also oberflächen glätten das ist eh am geilsten so schiefer muss ich jetzt glaube ich gehen so noch eine kommode auch aus schiefer so was brauchen wir denn noch da rein bei götterfunke ein tisch aus schiefer götterfunke braucht kein stuhl dem reichen auch hocker aus schiefer pflanzen werden überbewertet keine ahnung götterfunke wenn du was besonderes im zimmer haben willst sag bescheid die anderen übrigens auch ne also die verhandlungen das ist doch eine falle da pisst dich machen wir gerade holzfällerlager ja sada würde die ja am liebsten raiden gehen das holzfällerlager und wir brauchen auch holz ok wo ist es denn und der gucken wir mal wie stehe ich denn zum bunt mit dem bin ich neutral das können wir nicht angreifen wir werden uns hier keine feinde machen für ein quest so alter anlage bündnis was anderes was anderes ok so wie kriegen wir denn ihre stimmung hoch keine nährstoffplasse schlief draußen schlief in kälte wie viele betten haben wir 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 passt und gut oh lol 53 minuten wieso sagt denn keiner dass die folge vorbei ist ja gut dann würde ich sagen war es das für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann tschau